Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim Kaimi Report zusammen mit Georg an diesem Samstag, 21. September 2024. Ja, heute Abend, ja nach der Sommerpause, der erste Cabaret-Gig in Engelberg. Wer noch spontan Lust hat, kann noch ein Mail schreiben, info-at-männer-meiner-praxis.ch bis etwa 14 Uhr. Dann geht es Richtung Location aufbauen. Es gibt auch eine Abendkasse, ja, aber lieber vorher ein Mail schicken, damit ihr wirklich auch dann Zugang bekommt. Weil es ist ja mit einem Essen und da müssen wir auch ein bisschen auf den Location, auf den Veranstalter Rücksicht nehmen. Vielen Dank fürs Verständnis, jetzt aber gleich in Medias Res. Schöne neue Gesundheitswelt, es gibt Neuigkeiten von Annen am Deich, von den USA, aus dem Kongress. Das offizielle Homepage, HR 1425, No WHO Pandemic Preparedness Treaty without Senate Agreement oder Approval Act. Also folgendes, was bedeutet das? Es ist ein bisschen, wie Jens Spahn formulieren würde, da muss man erst mal um zwei Ecken denken. Aber ganz einfach eigentlich, das US-Repräsentantenhaus hat mit 219 zu 199 Stimmen, also nicht besonders klar, das Gesetz gegen den Pandemievertrag der WHO verabschiedet. Ein Gesetz, das aber nur diesem Vertrag der WHO zustimmen kann, wenn der Senat das ebenfalls absegnet. Vier Demokraten schlossen sich 215 Republikanern an, um das Gesetz zu beschliessen. Wahrscheinlich werden die jetzt irgendwie gegrillt in der demokratischen Partei. Es sieht vor, dass Vereinbarungen oder Konventionen der WHO als Verträge behandelt werden müssen, die einer Zustimmung durch eine Zweidrittelmehrheit des Senats bedürfen. Nun geht das Gesetz an den demokratisch kontrollierten Senat, wo seine Verabschiedung jedoch kaum möglich sein wird, wenn man bereits dieses Abstimmungsresultat sieht. Immerhin weiss man, dass zumindest eine Partei sich wehrt gegen eine blinde Übernahme eines Vertrags einer nicht demokratisch gewählten Organisation. Und da kann man sagen, gang so fuhr immerhin das. Und vielleicht versteht man auch, warum meine Präferenz, wenn ich abstimmen müsste in den USA, eindeutig nicht bei der demokratischen Administration liegt, die jetzt am Ruder der Macht ist, sondern bei den anderen. Der republikanische Abgeordnete Tom Tiffany führte die Gesetzesinitiative an, um den Einfluss der WHO einzuschränken. Die WHO ist nicht zuletzt aufgrund ihrer Handhabung der C19-Pandemie stark kritisiert worden. Tom Tiffany äusserte sich besorgt darüber, dass die beiden Harris-Administrationen erwägen könnte, dem Pandemievertrag der WHO beizutreten. Das ist natürlich sein demokratisches Recht. Er sagt, Zitat, Wir können nicht zulassen, dass unsere Kontrolle über das öffentliche Gesundheitswesen an nicht gewählte Bürokraten der WHO und der UN, also der UNO, abgegeben wird, so Tiffany. Weiter, dieses Gesetz ist entscheidend, um die Souveränität unserer Nation zu schützen und zu gewährleisten, dass die Sicherheit der amerikanischen Bürger in den Händen der USA bleibt und nicht einer korrupten internationalen Organisation zufällt. Das ist umso mehr wichtig als, wir haben ja darüber berichtet, in einem Salon, glaube ich, vor zwei Wochen. Nur ein krankes Kind ist finanziell ein lukratives Kind über diese desolate Situation der amerikanischen Gesundheit. Das ist eine Megakrise und wenn jetzt natürlich dann noch mehr von aussen reingefunkt wird, dann sieht es einfach dann noch zappendusterer aus. Fahren wir weiter. Im Mai 2020, wir erinnern uns, hatte der damalige Präsident Donald Trump angekündigt, dass die USA die WHO aufgrund ihrer Handhabung der Pandemie verlassen würden. Der Hauptgrund dort war einfach diese totale Verherrlichung des chinesischen Lockdowns von Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das hat Trump gar nicht geschmeckt und zack, man kennt ihn, dann fackelt er nicht lange und draussen waren. Die Amerikaner aber nicht für besonders lange, denn es gab ja Wahlen im November 2020. Die Biden-Regierung machte dies Anfang 2021, als er Präsident wurde. Joe Biden wieder rückgängig, wodurch die WHO einer ihrer wichtigsten Finanzierungsquellen behielt, nebst Deutschland und Billy Boy Gates natürlich. Die Frage, ob in der Schweiz der Pandemievertrag dem Parlament zur Ratifikation vorgelegt werden muss und ob er referendumpflichtig ist, will der Bundesrat, also die Landesregierung, erst beantworten, wenn der definitive Wortlaut vorliegt. Da gab es ja auch eine Interpellation von Franz Grüter von der SVP, der verschiedene Fragen gestellt hat, unter anderem, ob eben auch schon die Kantone befragt wurden. Also alles pendent und ich hoffe doch schwer, dass so etwas referendumpflichtig ist. Wir möchten auch hinweisen auf den morgigen Sonntag, auf den morgigen Salon. Und da geht es eigentlich um zwei sehr grosse und bestens bekannte Organisationen, nämlich die Vereinten Nationen und die WHO. Darum heisst der Titel auch die BÖ. Also ich kann das hier nicht aussprechen auf dieser Plattform. Der WHO und der Union. Und ab morgen und am Montag ist ja der Zukunftsgipfel, wo man auch Zukunftspakte schliessen will. Summit of the Future in, meines Wissens, in New York, am Sitz der Vereinten Nationen wahrscheinlich. Ja, ein bisschen weiter in diesem Gesundheitspotpourri. Now.ch schreibt, Übersterblichkeit durch Covid-19 könnte bis 2033 andauern. Die Folgen der Pandemie bleiben spürbar. Der Rückversicherer Swiss Re prognostiziert eine anhaltende Übersterblichkeit bis ins Jahr 2033, natürlich ausschliesslich wegen dem Virus, wegen SARS-CoV-2. Und wenn es nicht der Virus ist, dann ist es seine Langzeitversion, Post-Covid oder Long-Covid genannt. Selbstverständlich kommt da nichts anderes in Frage. Ihr wisst das, aber man kann es nicht genug betonen, um da irgendwelchen Verschwörungstheorien selbstverständlich vorzugreifen. Ja, bitte, Georg. Vier Jahre nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie bleiben ihre Auswirkungen sichtbar. Voilà. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Swiss Re, börsenkotierte grosse Rückversicherungsgesellschaft der Schweiz, auf eine beunruhigende Statistik hin. In vielen Ländern ist die Sterblichkeitsrate immer noch erhöht. Eine Situation, die als Übersterblichkeit bekannt ist. Swiss Re hat zudem eine Prognose für die Zukunft erstellt. Nach aktuellen Schätzungen könnte die Übersterblichkeit noch bis zum Jahre 2033 anhalten, also noch neun satte Jahre. Dem Bericht zufolge besteht eine starke Korrelation zwischen der Covid-19-Pandemie und der erhöhten Sterblichkeit. Atemwegserkrankungen sind dabei der Hauptgrund für die Übersterblichkeit. Ja, ich habe es ja gesagt. Also bestimmt keine Massnahmen, mit denen man diese C19-Geschichte bekämpfen will. Nein, und wenn ihr das hört, sofort ladendicht, schottendicht, gar nicht zuhören und weggehen. Das bringt alles nichts. Swiss Re, jetzt wird es wieder interessant. So von wegen Versöhnung, Aufarbeitung und so weiter, gibt zudem Empfehlungen ab, um die Auswirkungen von Covid-19 zu minimieren und die Übersterblichkeit auf Null zu senken. Dazu gehören die Verstärkung der Impfungen, besonders bei älteren und gefährdeten Bevölkerungsgruppen, sowie eine langfristige Normalisierung des Gesundheitsbetriebes. Ja, also meine Damen und Herren, ich hätte nebst diesen Empfehlungen der Swiss Re auch noch die eine oder andere Idee, wie man diese Übersterblichkeit vielleicht in den Griff bekommen könnte. Die möchte ich aber hier nicht äussern, weil es könnte als Medical Miss- oder Disinformation tituliert werden. Und das möchten wir natürlich selbstverständlich nicht, weil wir sind höfliche Menschen und beachten die Community Guidelines. Aber sicher. The Lancet, einer der Big Five-Fachjournals, anderes Thema, schreibt über den Konsum von sehr stark raffinierten Nahrungsmitteln, wie das in Englisch heisst, Ultra-Processed Foods, also UPCs eigentlich. Und die haben was rausgefunden, das nicht wirklich erstaunlich ist. Eine Langzeitstudie. Die Forscher verfolgten knapp 312'000 Menschen über einen Zeitraum von durchschnittlich fast zehn Jahren. Entschuldigung, elf Jahren. Sie stellten einen klaren Zusammenhang zwischen stark verarbeiteten Lebensmitteln, UPFs und einem höheren Risiko für Typ-2-Diabetes fest. Mit jedem Anstieg des täglichen Konsums von diesen ultra-raffinierten, bearbeiteten bis zur Unkenntlichkeit verstellten Lebensmitteln, in Anführungs- und Schlusszeichen, um zehn Prozent stieg das Risiko, an Diabetes 2 zu erkranken, um 17 Prozent. Nun, also zehn Prozent ist ja nicht so viel, 17 Prozent geht auch noch. Aber man isst natürlich gerade in Amerika, weil die UPFs einfach am billigsten sind, mit Abstand am billigsten sind. Und die Inflation bei den Lebensmittelpreisen bis zu 30 Prozent, je nach Nahrungsmittel, gestiegen ist. Aber wenn man denkt, wenn man das jetzt zum Beispiel mal drei multipliziert, also dreimal mehr solche eigentlich leeren Nahrungsmittel, dann sind wir schon bei einem erhöhten Risiko von mehr als 50 Prozent. Und ja, darum sind ja so viele auch junge Menschen schon Prä-Diabetiker oder Diabetiker. Nächstes Thema. BioNTech ist in Hamburg vor Gericht, oder man müsste besser sagen, sollte vor Gericht sein. Das Unternehmen BioNTech sitzt in Hamburg gerade vor Gericht. Ein Urteil gegen den Pharmakonzern könnte eine Prozesswelle folgen lassen. Eine Ärztin klagt BioNTech aufgrund ihres Impfschadens an. Also ganz ehrlich, das hat dieser Konzern ja auch nicht verdient. Einerseits wollte man das Ehepaar, die BioNTech leiten und gegründet haben, auf den Euroscheinen verewigen. Und jetzt schleppt man sie vor Gericht, weil eine Ärztin klagt. Also bitte, das geht ja wohl gar nicht. Am Montag sollte der Prozess beginnen. Offenbar wurde er aber kurzfristig abgesagt. Die Klägerin, eine Ärztin, klagt BioNTech auf 150.000 Euro Schmerzensgeld. Sie ist eine von vielen impfgeschädigten Personen. Seit der Impfung leidet sie unter Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten, Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen. Vielleicht noch Gehirnnebel. Und dann hätten wir das sogenannte Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom. Nun, 150.000 Euro, da wird sich jeder Anwalt in Amerika den Bauch kaputt lachen, weil dafür das beginnt ja schon nicht mal jemanden zu empfangen. Und seine Mitarbeiter dürfen dieser Menschen nicht mal einen Kaffee rauslassen. Also das ist ja nicht mal Warm-up. Oder Warm-up, Entschuldigung, nicht Warm-up, Warm-up. Der Prozess ist brisant. Das Urteil wird richtungsweisend sein. Für BioNTech ist es das erste Verfahren in Deutschland, das den Covid-mRNA-Impfstoff Comirnaty, das ja mit Pfizer zusammen distribuiert wird, betrifft. Sollte die Klägerin gewinnen, könnte das für viele weitere Impfgeschädigte die Perspektive auf Entschädigung eröffnen. Verliert sie allerdings, wird man beim Mainzer Unternehmen an der Goldgrube 12 wohl durchatmen. Naja, schauen wir mal, was da rauskommt. Aber es gibt ein kleines Aber. Naturgemäss bestreitet BioNTech die Vorwürfe. Ohne Angaben von Gründen wurde der Prozessbeginn letzte Woche dann verschoben. Eigentlich hätte er am Montag 10 Uhr stattfinden sollen. Ein neuer Termin stand nicht fest. Ja, das hat doch... Wir wollen da überhaupt nicht spekulieren, weil sonst sind wir mittendrin, statt nur dabei in Verschwörungstheorien. Aber ein bisschen ein Geschmäckle hat es eben schon. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ob es überhaupt dazu kommt. In Amerika wahrscheinlich nicht. Vielleicht würde es nicht dazu kommen, weil No Liability, das war ja die Bedingung für das Warpsbreed-Programm, damals noch von Trump, kein Ruhmesblatt von ihm. Die Produzenten, Moderna, Pfizer und so weiter, haben ja gesagt, also wir machen das, diesen Impfstoff, grosszügigerweise. Forschungsgelder vom Staat. Gewinn bleibt bei uns. Aber wir lehnen jegliche Verantwortung und Verklagbarkeit a priori ab. Und man ist darauf eingestiegen. Offen ist auch die Frage nach der Haftung. Voila. Nicht auszuschliessen, dass per Vertrag zwischen EU-Kommission und BioNTech von Frau von der Leyen nicht der Konzern, sondern der Staat, also wir ihr alle, haften wird müssen. Aber dafür bräuchte es zunächst einen Schuldspruch gegen den, die Hersteller. Und wir haben ja berichtet, dass tolle Gewinnaussichten für das dritte und vor allem vierte Quartal prognostiziert werden. Das haben wir vor etwa eineinhalb Monaten gemacht. Und an der Börse läuft es indes gerade wieder gut. Im letzten Monat sind die BioNTech-Aktien um 40% gestiegen. Nach den schlechten Kursen im Sommer, wir haben darüber berichtet, geht es aktuell wieder steil bergauf. Und seht ihr, meine Damen und Herren, das sind so diese kleinen Botschaften. Die sind nicht mal zwischen den Zeilen, sondern ihr seht, die sind auf den Zeilen oder voll in den Zeilen. Aber da fragt man sich doch, hey, wenn ihr mit Leuten sprecht, ob jetzt die Kaimi Reporter oder Tagesschau, SRF oder ARD gucken, viele sagen, nein, also das würde ich mir nicht mehr spritzen lassen und das mache ich nie mehr und so weiter. Und jetzt 40% mehr bei BioNTech. Was haben die sonst noch in ihrem medikamentösen Repertoire als diese Impfung? Und 40%, obwohl ja fast alle sagen, das würde ich nicht mehr machen. Was wissen Börseninsider, was wissen Börsenanalytiker, the Masters of the Universe, was wir normale Füdlebürger nicht wissen? Grosses, dickes Fragezeichen. Aber BioNTech scheint es so gut zu gehen, in der Tat, nach dieser Krise, Quartal 1, 2, 2024, dass sie jetzt als Sponsor im teuren Profifussball einsteigen, und zwar bei Mainz 05. Eigentlich eine durchaus sympathische Mannschaft in der ersten Bundesliga, halten sich dort meistens kurz vor der Abstiegszone. Nicht so riesige Budgets, nicht die grossen Star-Einkäufe, aber liefert sich jetzt BioNTech aus. Und folgt damit dicht im Windschatten von dem BVB Borussia Dortmund, die ja jetzt Rheinmetall als Sponsor, Halbtsponsor haben. Und es kam bei der Kurve, das ist eine Riesenkurve, wer schon mal in diesem Stadion in Dortmund war. Es ist unglaublich, also wenn man als eigene Mannschaft auf diese Kurve spielt, das ist wahrscheinlich, wie wenn man einen Spieler mehr, also der berühmte zwölfte Mann, auf dem Platz hat. Aber die finden das überhaupt nicht toll, und die kommen dann mit solchen Dingen. Also gelb-schwarz, das sind die Farben von Dortmund, und BVB ist der Name. Wir schiessen nicht nur Tore. Und das ist, finde ich, eine klare Quittung an die Vereinsführung. Und ja, mein alter Kalauer, wie kann man als Spieler vor einem Spiel ein solches Trikot überziehen, auf dem in grossen Lettern Rheinmetall steht, direkt auf Brusthöhe, und dort ist auch das Herz lokalisiert. Was gehen da für Energien in den Kopf und in die Beine? Fussball wird ja primär mit den Beinen und ein bisschen mit dem Kopf gespielt. Das nennt man Kopfball. Gut, die Hände braucht man auch beim Einwurf. Da frage ich mich sowieso immer, wieso wirft man ein und kickt man nicht ein? Wir sind ja nicht beim Handball, aber es ist ja gar ein bisschen ein anderes Thema. Ich finde das sehr gut. Kompliment an die Fans von Dortmund. Es wird wahrscheinlich keine Kündigung des Vertrags geben, aber vielleicht müsstet ihr einfach mal ein paar Spiele boykottieren. Das ist dann auch Echtgeld, das in der Vereinskasse fehlen würde. Nun, wir sind am Ende. Ich freue mich auf unseren Auftritt mit Termine heute Abend. Schön, wenn noch der eine oder die andere spontan vorbeikommen würden. Essen beginnt 18 Uhr, 18.15 Uhr und das Gabriel um 20 Uhr. Also Schluss für euch. Hasta la victoria siempre. Mein Name, Marco Caimi. Meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, auch im Namen von Georg und meiner Chief Financial Offizierin Laura, zuständig für den Empfang von herzlich gemeinten Krötenwanderungen. Salut zusammen.